ok also zuerst einmal die klassen hier scheinen jetzt alle die vorgefertigten klassen scheinen jetzt alle auf englisch zu sein warum auch immer ich habe keine ahnung hier sieht man schon neben meinem namen dass ich noch drei ausrüstungspunkte übrig habe warum nun wir haben alle ein update bekommen in dem die ich glaube anfangs 16 oder 18 voranfangs die fast 20 punkte jetzt in insgesamt rund 40 punkte aufgeteilt wurden zwar blutrausch kostet jetzt 15 punkte eisenhut und kettenhelm kosten 6 und der waden schlitzer schützer hosen gut gedeutscht kostet jetzt drei punkte ich glaube vorher war das so dass die schwere rüstung jeweils drei punkte gekostet hat aber da bin ich mir nicht mehr so sicher auf jeden fall ja die punkte verteilung ist das ein bisschen anders ich habe noch deswegen halt dann drei punkte übrig ich gucke mal was ich für spezialisierungen haben kann freundlich kann ich haben das ist schon mal ganz gut aas geier ja gut freundlich und aas geier könnte ich dann nehmen dann bin ich ja freundlich und plünderhaft plünderhaft plünderisch keine ahnung ich könnte akrobat nehmen feuerfest jägersmann also gut das dazu vielleicht später mehr auf jeden fall ja die schwere rüstung kostet jetzt sechs punkte oh nein ach was habe ich das ist mittelschwere rüstung die ich da habe die leichte rüstung kostet drei punkte die mittelschwere die mittlere rüstung kostet sechs punkte und die sehr schwere rüstung neun ja soviel zur rüstung ja und es gibt neue ausrüstungsstücke zum beispiel diese hellen und dieser hier glaube alter was 60.000 gold level 38 du heilige die sie nicht nicht übel aus ist auch wie ihn hier auch stark so zu bis die welt aber zurück zum hals hier gibt es ja was gibt es hier nix helmband ok kettenhemd genau hier gibt es auch was neues und zwar das beides hier ja wegen da niedriger auflösung sieht das aus wie plastik aber an sich ist die rüstung eigentlich ganz nett hier auch neu ich weiß es nicht mehr bei den beinen gibt es hier die zwei dinger die sehen sehen sehr schnieke und schlank aus schlank und elegant genau die gefallen mir besser gotische beinschienen elisabeth den leggings kann man machen drannenbeinkleider ja ausrüstung genau jetzt die ganzen waffen die sind ja dementsprechend auch angepasst worden von den werten her das kurzschwert kostet nur ein punkt so wie vorher glaube ich auch ich weiß es nicht mir ist fast ein halbes jahr her das trainingsschwert das hatte ich vor mir zu kaufen und um zu duellieren allerdings habe ich keinen server gefunden der überhaupt was bietet es gibt überhaupt keine server die zeit keine ahnung warum ja warum mache ich immer so hier wird das schwert ja das schwert was aussieht wie ein wikinger schwert kurzsperr mit dem habe ich angefangen der gute alte kurzsperr mit dem messer und sonst gibt es hier keine neuen waffen glaube ich seither aber neue skins oder so toll das sperr da einfach ja nicht ganz im bild drin ist aber okay ja das toll ich habe schon wieder so gemacht naja egal der langsbogen ist am teuersten 33 punkte kostet er der messer 15 und der dieser dieser dreiecksschild dieser wikinger schüttel wieder hieß normal normalen schüt genau der kostet neun und wie man sieht habe ich hier nicht mehr punkte oder so nicht genug punkte übrig warum ja aber gut die restlichen punkte die investiere ich einmal in freundlich und arschgeier und dann bin ich soweit gut bestückt würde ich mal sagen und da glaube ich mache ich einfach mal noch mal eine runde oder ich schaue mal ob es hier jetzt server endlich gibt mit einem maximal ping von 60 ansonsten mache ich einfach noch eine runde von klein mal gucken vielleicht bin ich ja jetzt sogar ein bisschen besser ansonsten ja kaufe ich mir ein trainings schwert und ich praktiziere einfach so ohne aufnahme wirklich so aus lust und laune schwertkampf gut es lässt sich nichts nichts finden länger warten möchte ich nicht wegen der aufnahme ja castello ist neu davon habe ich ein video gemacht eine show frontlinie suchen dann bis gleich und vielleicht wird die folge sogar ein bisschen länger mal gucken ich bin blau hier noch der wahl bereit für den angriff dort oder wie sieht es hier aus immer da wo ich sag mal die blauen verlieren einfach nur was geht mit den roten ab wie viele sind das ja gut jetzt endlich mal weiter was geht es geht mir hier ab mit dem blauen die schmelzen einfach nur und dabei bin ich ja noch nicht mal schuld das heißt die schuld ja ich bin blau rot ist mein feind oha da habe ich nicht gesehen nicht bemerkt okay diesmal versuche ich mal aus der perspektive zu spielen einfach um mehr zu sehen sehe ich so überhaupt mehr ey ich hab doch geblockt das spiel ist doof nein ich bin nur schlecht darin und langsam wie eine schnecke ich bin nur schlecht darin und langsam wie eine schnecke oder habe ich zu früh geplockt ich weiß es nicht also ist freund das ist auch ein freund das ist kein freund dieser freund ist feind was habe ich da gerade gesagt dieser freund ist feind auch keine ahnung der da ist gerade umgeknickst da ist irgendwo katapult kann ich mal bitte hier hoch dankeschön das ist freund warte mal wie kann ich mich hier ducken wie klingt das noch mal ich habe da ein pfeil im knie gehabt im bein oder so keine ahnung so wie sieht es mit dem ping aus 36 68 meinte ich ach ja die haben glaube ich auch den ping jetzt verbessert ich habe doch geblö okay okay also was ich sagen wollte die haben mit ein paar updates auch gleich die performance verbessert glaube ich das kann sein keine ahnung ob es bei mir hier auch zu trifft oder auch mein rechner einfach naja ungenügendes sage ich mal ja als ob er noch darüber gesprungen wäre ich habe doch geblockt ja gut hey ist ein pferd auf mich drauf gefallen ach ne ich bin umgefallen da oben rechts steht der steht das da oha ich dachte schon und steine jetzt seid ihr alle dort nimm den stein ich glaube wie so ein druide hat ja damit okay das sollte ich vergessen ich sag da wusste dort da und die was da und die kogu da war es keine ahnung da ist ein pferd oben ich glaube es ja nicht man gesagt zack zack irgendwas hat mich umgelegt jawohl gibt es ihm hat da jemand ach so das tut uns darauf ich habe doch geblö blocken gedrückt gut gedeutscht Ja! ey diese pferde ne dann müsste ich ja bären fallen aufstellen nein nein ach dammit oh ein pferd das will ich nicht aha ich will den kill nein ja nein ja ja ich hab ihn geil müsste ich jetzt nicht geheilt werden eigentlich wegen pluto da haben sie den effekt auch da ändert von hinten nein nein die framerate oder mein skill keine ahnung stechen schneller als ich sehen kann ich probiere das noch mal hier drüber hab doch gefloggt Nein! Ach komm, das sieht doch so gut. Ah, Mann. Ah, die Fingerspitzen. Äh, au. Nein, komm her, du. Ah, da liegt ein Schild, den will ich. Okay, vergessen. Äh, vergiss es. Ach komm. Was ist das? Wo? Was? Wer? Ach, der. Eingriff von hinten. Sag mal. Ah, nein. Hä? Was mir jetzt passiert? Ach komm. Hm. Okay, ich sollte zuschlagen, wenn ich nah genug dran bin. Weil diesen Fehler habe ich ja schon mal begangen. Oh. Hä? Kein Wunder, dass wir verlieren, wenn wir unsere eigenen Pferde schlachten. Oh, das war Glück. Bist du ein Feind? Nein. Was machen die denn da? Ja, kein Wunder, wenn wir uns alle gegenseitig abschlachten. Komm her, du. Hä? Was? Wie? Ach komm. Mann, helle Barde. Ja, komm. Hm, kling, kling. Yay, Level 11. Jowo, weil ich Spiele gespielt habe und nicht, weil ich gut bin. Yeah. Ja, ich glaube, das soll es für heute sein. Das soll reichen. Ähm. Ich brauche ein Update für mein Computer. Mama, Papa, habt ihr mich gehört? Nee, okay, ich mache noch Spaß. Äh. Oh, ja, jetzt bin ich im Ladebildschirm und stecke fest. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wusste nicht, was ich jetzt noch sagen wollte, aber egal. Ich wusste nicht, was ich jetzt noch sagen wollte, aber egal. Ich wusste nicht, was ich jetzt noch mal. Ich wusste nicht, was ich jetzt noch mal.